happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wettbewerb Mech Arena. Wettbewerb geht erst in 29 minuten los und deswegen denke ich ich spiele wieder alle drei sachen einmal 2 gegen 2, 5 gegen 5 und Kontrollpunkt einigen. Viel Spaß! Okay und die erste runde geht los 2 gegen 2 so geht es los mit 2 gegen 2 danach 5 gegen 5 und dann Kontrollpunkte einnehmen Oh nice! Erstmal hier so in der Ecke drängen. Okay schnell wieder rüber laufen zack 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 Okay nice! Jaaach Menno! Ach! Habe ich ihn nicht getroffen also getroffen schon aber zu wenig getroffen Ah! Willste schießen? Haha, gecheckt, eingefädert. Okay, der eine ist AFK, der ist nicht mehr da, das heißt, jetzt haben wir eigentlich eine lockere Runde, ich brauche eigentlich nur da hinzulaufen und die ganze Zeit nur Scham machen. Leider ist das der falsche Charakter dafür, der macht zu wenig Schaden. Bei 40 kann ich wieder anfangen. So, da ist er. Von hinten mache ich ein bisschen mehr Charme. Okay. Okay. Alle Gegner ist zerstört. Okay. Nice. Zweimal erster. Äh, nicht erster, sondern zweimal. MVP. Super. Jetzt geht es weiter in der nächsten Runde und das wäre 5 gegen 5. Schauen wir uns noch kurz die Ergebnisse an, wie die Bewertung ist. Ich war der beste Spieler, aber ja okay, ich war gerade zweite Runde nur beim Gegner und habe ihn hier abgeschossen. gut, dann würde ich mal sagen, bis gleich bei 5 gegen 5. Die Runde 5 gegen 5 geht los. Die anderen 3 habe ich schon gehabt. Ach, das war diese Runde. Ha, das war der Spieler. Da kommt einer. Ui, 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 ui. Das war der Michaelwicht, schade eigentlich, was solls. dann kommt jetzt der hier dran. Jetzt habe ich mit allen einmal gespielt. die raketen sind nicht kalibriert haha wenn ich einmal die raketen los schicke dann kann man sie nicht mehr aufhalten schön eine schön gelungene erste runde jetzt nämlich ihn hier auch nie wieder alle weg hier 123 ok keine jo die erwischt ok er hat mich erwischt lol macht spaß immer abwechselnd ich schieße ihn ab er schießt mich ab nein ok auch nicht schon wieder mensch es sieht noch ein 1 1 aus kein schuss mehr ok geht es jetzt mit denen hier weiter wer muss da oben rauf genau da wollte ich dut 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 dU bye bye pompaii Ah, nein! Der hat doch kein Leben mehr! Los! Okay. Erwischt! Ah! Okay. Hat den anderen dafür gesorgt. Was macht er hier immer? Meine Güte, normal! Diese KI versteckt er sich hinter mich. Nein, verloren, 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 verloren. Ich habe ja nur gerade so... Ich wollte ja nicht richtig gewinnen. Wenn ich gewonnen hätte, wäre es schön, aber ich wollte nicht wirklich gewinnen, sonst hätte ich ja andere Mächs genommen. Ihr wisst, was ich meine. Man kann einmal so spielen, dass man gewinnen möchte, man kann so spielen, dass man andere Mächs verbessern möchte mit den Erfolgen. Und da kann man einmal so etwas davon spielen. Ach, ich war der beste Spieler? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Guck mal, der beste Spieler von denen hat doppelt so viel Schadenfass gemacht als ich. Heftig! Heftig! Aber... Ich habe 8 Kills, 3 Unterstützung. Er hat 8 Kills und 2 Unterstützung. Also, ich bin doch der bessere Spieler, oder? Scherz! Let's go! So, dann gehen wir jetzt rüber zum Kontrollpunkteeinnahme. Viel Spaß! Okay, es geht los. Kontrollpunkteeinnahme. Kontrollpunkt. Wann sage ich immer Einnahmen? Kontrollpunkte. Ich fange mit denen hier an. Ich möchte mal eine Quest fertig machen. Das ist mit 5 Mächs und 5 episch. Piloten einnehmen. Was labere ich wieder hier für eine Scheiße? Wie? Also mit 5 Mechs und 5 EP-Charakteren spielen. Okay. Okay, jetzt habe ich die Quest fertig. Na, kommt keiner zu mir? Ah, doch, da. Er kommt zu mir. Hmm. Ich wollte mich abschießen. Bringt nichts. Wenn die unterwegs sind, sind es unterwegs. 2, 1. Und schnell weg hier. Ich werde anvisiert. Ich werde wieder anvisiert. Boah. Das ist so. Ich wollte nur ein bisschen stören. Ich konnte mir schon denken, dass ich sterbe. Aber jetzt geht es los hier. Zack und down. Flipp. Einame. Einame. Der Renten, der hat mich gekillt. So, nah genug. Und down ist er. Oh, ist der nächste da. 3, 2, 1. Oh, und nur noch einer da. Miss Piggy. Oh, war ja daneben geschossen. Verloren. Verloren. 1 gegen 1. You have won in the last. Hahaha. Schön. Schön. Wieder die zwei Besten. Nicht die Besten. Aber zweimal als MVP. Träger und Medaillen. Super. Und meine Quest ist fertig mit den 5 Piloten. Da. Träger und Medaillen. 5 mal. Mächs mit. Episch. Piloten kombiniert. Fällig. Bester Spieler. Er hat mehr Kills. Aber keine Einnahme. Warum sage ich immer Einnahme? Na ja, egal. Gut, dann würde ich mal sagen. Das war es dann schon für heute. Und in 3 Minuten geht, glaube ich, das Ding ins Los. Wettbewerb. Dann würde ich dann halt morgen wieder was filmen. Was aufnehmen. Filmen. Filmen. Ich bin doch nicht hier. Den Fernseher. Ich filme doch nicht. Ich nehme auf. Gut. Dann, danke schön fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr euch wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020